moin moin zusammen zu einer neuen runde oxen is not included ich muss mal schnell noch eine folge aufnehmen ich bin gleich auf dem weg zum flughafen nicht dass ihr dann heute morgen ohne folge da steht so nahrungsmittelmangel war das letzte mal habe ich aber in auftrag gegeben hat ja nicht eine sechs ja macht priorität machen wir das bitte und dann will ich das da auch mal jetzt endlich weg haben ja komm das bitte auch mal der war hier overheated hat aber jetzt fertig gemacht was haben wir denn dazu bekommen den luft der fücher ja genau jetzt haben wir hier gar er lassen die duschen alles klar es machen wir okay stress das ist stress level 11 das wollen nicht so wirklich wir wollen ich jetzt aber keine sieben geben weil wir müssen und erst mal essen machen die strampeln forschen tun wir aktuell nicht wie sieht denn die strombelastung aber sieht eigentlich noch in ordnung aus was ich sagen wollte ist wenn die dinger hier overheaten die hier ist es egal welches gerät overheaten dann werden unsere dubs verletzt das darf man nicht außen vor lassen also darf man nicht vergessen oder sowas in der art jetzt war hier meine sieben kommen hoch sieben habe ich gesagt da muss man darauf achten die verletzen sich da wirklich und overheated gibt es ja dann viel so haben sie das da endlich mal weggeräumt als klar hier sauber machen bitte ja ist warm da hinten aber das ding ist ja aus zeig mal her jetzt stellt euch nicht so an was haben wir denn 33 grad sogar ein bisschen sommertemperatur ist gerade ein bisschen sommertemperatur wegräumen gehen wir aufs klo jawohl ich mach mal erstmal eine zeit lang essen aber schon wieder neuen dub wie sieht es denn aus wer kommt denn kreativität kram kochen und noch mehr sauerstoff eigentlich will ich das nicht wollen wir gar nicht wollen wir auch nicht weil die schlafen in der regel dann irgendwo ein wo gerade giftig ist giftige umgebung oder sowas zack tschüss so research ist was als nächstes wobei ich noch mal zwei drei minuten warten will wegen der temperatur der macht die größeren akkus normalerweise bräuchten wir dann hier oben eigentlich erst mal ja fürs klo brauchen wir das und für unsere sauerstoffversorgung dass das kostet aber wieder temperatur aber ja gut komm macht mal bitte jetzt können sie pennen hast du was los wir wechseln doch die anderen auf hier alles haben wir eigentlich was zum pflanzen ist das ach das ist eine acht wahrscheinlich aber ich mache und dann machen wir hier in die mitte ein rein sieben stück haben wir noch und wenn ihr hier den anderen kram erledigt haben können sie hier ein bisschen das zeugs hier zu ende machen aber ihr dürft gern was zu essen produzieren genau danke so mach das mal ein bisschen schöner auch weg bitte ok und hier hinten auch mal zu da haben wir gut alles klar hier können wir schon ah der ist gepflanzt plant keine algen doch 1900 kilo so was hä beliefert ihr mir die dinge hier nicht jetzt oder wie Leute das ist aber wichtig irgendwie wir haben doch hier ne es ist null was was ist los oh 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 ich hab ich mach mal langsamer halt stopp ich hab doch das letzte mal hier noch einen algen vorrat irgendwo gesehen hier ne ja und Dünger 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 oh Mist Algen Algen Leute ich glaube es wird schwierig jetzt jetzt haben wir was verpasst wir müssen an die Algen das ist unsere einzige Sauerstoffproduktion hier 60 Kilo 317 ja ja da wurde schon warum wurde da jetzt eigentlich gestrollt schaut euch das mal an wie 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 wieso ist denn das jetzt hier wegen dem da ich krieg flack nicht aufgepasst und dann Loch reingemacht da kam irgendwie das Wasser da hinten brauchst du jetzt nix wischen wird ja nix oh man jetzt steht natürlich gleich der Stresslöffel steigen ja 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 da müsst ihr jetzt mal hin das kann ja nur von da gekommen sein ne das Zeug ich hab das jetzt nicht gesehen vielleicht sieht man es in dem Video da nochmal fließt das Zeug natürlich da runter der ist zu kalt ne 24 Grad ist der zu kalt deswegen ist das blau hier da hinten hin hier ist warm 25 nur das fließt da bei dir sind da also Okay der nächsten Tag ins hier mafilter jetztlaufend wo schon lange haben wir alle Mensch, warte mal, wie sieht es denn eigentlich hier aus? Ja, der ist in verseuchtes Wasser gelatscht. Was haben die jetzt da unten gemacht? Ist die schon kaputt? Overheated. Ja, da geht es los. Warum ist das overheated? 60 Grad. Gehen die kaputt. Der ist zu kalten. Hier sind 60 Grad. 70. Ist das manchmal jetzt ein Problem, wenn ich hier einen Spielstand lade oder wie ist das? Oh je. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Hm, 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 hm. Wir brauchen erstmal ganz schnell. Äh, äh, ein Algenvorrat. Sonst wird das nichts. Wir haben unsere Sauerstoffproduktion noch nicht fertig, aufgrund der noch nicht fertigen Forschung. Ich habe doch mal gesehen. Wo denn? haben wir keine mehr. Dünger. 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 Ja, der ist natürlich jetzt am, das machen die automatisch, dauerhaft am Reparieren, weil die Dinger wegen Überhitzung kaputt gehen da unten. Guckt euch das mal an. Boah, ist schon fertig. Ja, wischt mal. Den brauchen wir. Für den Notfall müssen wir jetzt erstmal hier einen irgendwo hinsetzen. Gott, hey. Bevor wir unsere eigentliche Versorgung fertig haben, der braucht Wasser. Äh, wir brauchen eine Wasserpumpe. Willen wir hier mal ein bisschen schnell machen. Wo sind die da? Wasserpumpe. Wasserrohr. So, dass sie doch da dran kommen. Sieht natürlich nicht so schön aus, aber naja, okay. Hä? Ach so, da ist es, die Anzeige von dem. Na, so, komm. Strom brauchen die da auch noch? Strom? Das ist noch nicht überlastet. Oh, Kupfer haben wir auch nicht so viel. Aber mit Strom kommen wir hier eigentlich gut dran. Das sollte funktionieren. Oh, bitte. Und damit der ganze Schlumpfad hier auch mal funktioniert. Ah, wenn wir da lang gehen. Ich will nicht, dass das da oben dann eine höhere Priorität hat. Ja, ja, ja. Wischen. Sauerstoff 600. Keine Forschung. Ich weiß, dass keine Forschung ausgewählt ist, aber aufgrund der Temperaturgrad. Hier, Building Overheated, das sind unsere Akkus da unten. Da sind die natürlich jetzt Ewigkeiten mit beschäftigt. Weil die nämlich ständig kaputt gehen. Da. Zack, 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 zack. Die tun die ganze Arbeit. Jetzt da reinstecken. Das geht so nicht. Ach, das geht so nicht. Das geht so nicht. Da kommen die nicht dran. Geht das so? Geht das so? Ich weiß es nicht. Oh, oh, oh. Was ist denn mit ihr los? Halt, stopp. Diarrhea. Durchfall. Die ist das. Die ist krank. Moderate Wunde. Die hat sich von einem heißen Gerät geholt. Der ist zu kalt. Zu kalt? Wir brauchen... Oh je. Die ist Durchfall. Jetzt machst du ja nicht auch noch ein Malheur. Du gehst morgen mal da hin. Andi und Hassan machen wir auch. Bevor das hier zu viel wird. Andi und Hassan. Wie viel Grad ist es denn da unten? Das ist jetzt, nachdem ich den Spielstand geladen habe. Tust du hier uns jetzt die ganze Bude hier voll machen, weil du krank bist? Anastasia, ist das so? Hier, guck mal, wie die... Mist, verdammter. Hm, hier gerät was aus den Fugen. Ja, tut die... Wie machen wir zwei Akkus weg? Wir forschen da jetzt gerade nicht. Na, das hat jetzt das automatische Reparieren. Und dann tun die hier uns die ganze Arbeitskraft binden. Die gehen trotzdem weiter kaputt, auch wenn sie nicht... Wenn sie nicht eingeschaltet sind. Ja, ja, da hinten ist der Balken. Aber wann gehen die kaputt? Oh, wir sind dann 75 Grad. Äh... So, die Pumpe ist gleich fertig. Das sieht nicht gut aus. Disable. Disable. Abschalten. Ich guck mal, dass wir hier noch... Ähm... Sauerstoff mäßig, äh... Falls wir noch mal irgendwo Alben finden. Ähm... Holt mir den Kram da mal bitte weg. So, wie sieht es jetzt aus? Ist das fertig? Ne, ist nicht fertig. Ja, ja, das funktioniert nicht. Die gehen hier ständig hoch und runter, hoch und runter, machen nichts anderes mehr. Ja, und dann wird hier nichts gemacht. Erwischt ein bisschen der Fischmob. Das bringt dir aber nicht wirklich viel. 41 Stresslöffel. Mit Anastasia, Fischkorb. Mein Hammer. Kann ich graben? Kleine Blase. Kann ich graben? Was machen wir? Das ist doch Mist hier. Das bindet alles. Ist halt jetzt so. So, zack. Weil man kann es eigentlich... Ist ja fast kaputt, das Ding. So. Weil dann machen die auch nichts zu essen. Und dann gehen wir hier oben hin. Da ist ja nicht so warm. Und priorisieren den Sheet auch mal. Ist es da zu warm? Eigentlich nicht. Wieso war es das System da zu warm? Ne, sollte eigentlich. Haben halt mal die Batterien umgezogen. Hast du immer noch Diarré? Ja, immer noch. Blasenentleerung. Restlaufzeiten. Holding Breeze. Oh, oh, oh. Aber das kam mir jetzt auch so vor. Das Ding wurde geladen. Der Spielschirm wurde geladen. Und das geht hier alles aus den Fugen. Irgendwie, ne? Wir laufen halt jedes Mal in verseuchtes Wasser. Hm. Wir laufen halt jedes Mal in verseuchtes Wasser. Ist das hier dein Fetisch? Alter, mach mal das jetzt hier fertig. Das ist Priorität 9. Nein. Ey. Sag mal, kommen die da dran? Unerreichbar. Warum? Weil da keine Leiter ist. Ah. Aber dann kommen sie dran. Ach, Mann ey. Habe ich nie aufgepasst. Das Ding konnten sie bauen, das ist aber nett. So, jetzt bitte die Kabel da bauen. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Jawohl. Machen wir langsamer. So, das Ding braucht Strom. Kein Kabel, kein Flüssigkeitsding. Äh, ja, wieso denn eigentlich nicht? Habe ich da nicht schon das Kabel angeschlossen? Ne. Kabel. Uni für Rohrung. Rohr. Äh. Wir brauchen Sauerstoff. Verflucht noch eins. Bringt das da in Ordnung. So, und? Das Kabel anschließen, Mensch. Danke. Da kommt's Wasser. Flop. Das war jetzt nur ein Notfall. Guckt euch das mal an. Hm. Anastasia, Fischkopf. Andi. Anastasia, Fischkopf, Andi. Alle zum Entspannen. Keiner schafft was. Nur noch 7000 Kalorien. Nur noch 7000 Kalorien. Okay, ich bedanke für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.